What kind of a peace do we seek? Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time. Präsident Kennedy verstarb vor 38 Minuten. Der Tatverdächtige. Der 24-jährige Lee H. Oswald. Ich bin nur ein Sündenbock. Wer gab die tödlichen Schüsse auf Kennedy ab? Handelt es sich um eine Verschwörung? In den Jahren seit dem Warren-Bericht gab es viele bedeutsame neue Untersuchungen des Mordes an Präsident Kennedy. Wir wissen also heute viel mehr. Verschwörungstheorien sind zu einer Verschwörungstatsache geworden. Die Warren-Kommission hat der Öffentlichkeit etwas vorgegaukelt. Allen Dulles' Berufung in die Warren-Kommission war ein Betrug von historischer Dimension. Manche Unterlagen und Dokumente werden vom FBI und der CIA der Öffentlichkeit vorenthalten. Wenn die Geheimdienste wirklich eine Verschwörung aufdecken wollten, haben sie alles falsch gemacht. Ausgestattet mit diesem Wissen wollen wir rekonstruieren, was damals wirklich geschah. Eine wahrhaft magische Kugel. Oswald war in den vier Jahren vor dem Attentat eine Person von höchstem Interesse für sie. Sie haben sogar die Post seiner Mutter mitgelesen. In seinem ersten Jahr im Amt hatte er sich viele Feinde gemacht. Freunden gegenüber schwor er, die CIA in tausend Stücke zu zerschlagen. Haben Sie jemals eine Gewalttat begangen? Er wollte nichts sagen, weil er an der Vertuschung beteiligt war. Wenn der Präsident am helllichten Tag getötet wird, so setzt das ein Zeichen. Wenn Amerika eine Demokratie sein will, dann sollten wir dieses traumatische Verbrechen aufklären, denn es wird noch immer nach. Throughout American history. This nation will not be fully free until all its citizens are free.